ja hallo und willkommen hier bei portal 2 ja ihr kennt das ja schon gut ja ihr kennt das ja schon ne halt wir spielen koop genau das was wir schon und der mario lädt mich jetzt ein habe ich gehört ja die ganze freundlichkeit hast du hast du jetzt bekommen oder was ich hab nix bekommen ja ich weiß jetzt gar nicht wie das geht verdammt du gehst auf koop dann du gehst als auch wo auch spielen dann auf standard koop dann kommt nach freunden und dann auf diesem brief links daneben ach so na gut jetzt habe ich das jetzt muss ich hier annehmen ihr kooperatives spiel beginnt jetzt bitte warten und bei mir liegt es gerade und ich habe gerade cola vor mir und das trinke ich jetzt eben okay gut dann bitte warten steht bei mir jetzt hat schau mal da sind atlas und peabody peabody also wer ist ein forschungspartnert an ich warte hier nicht auf ihn warte ist schon auf mich oder äh, der hat auch noch nicht so ganz geladen ja, ich hab erst einen Punkt echt, bei mir ist es ja so äh, fertig, bei mir sagt er jetzt, warte auf ihren Partner ja, bei mir hat er gerade angefangen zu laden ich nehm ja auch auf ja, gut, okay deswegen geht das ja auch ein bisschen in den Keller nur ein bisschen ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich mir fehlen noch fünf so Popel so, jetzt halt ja oh mein Gott gut so, ich bin der Mr. Blaue ey, guck mal wie viele Schritte, ey hi moin, na warte, da ging doch irgendwie mit Kuh hier ja, genau warte, ich muss mal kurz hier gucken ich kann hier eben, das wollte ich gerade schauen weil ich hab mein Anti-Alias so sau hoch äh, halt, äh, anwenden und, 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 und so so, jetzt hat, jetzt hat's flüssiger so katastrophen abgewährt 23 wow okay, dann lasst uns mal ins Erste gehen, oder? Teamaufbau ja also, wir haben beide das Spiel wohl schon mal gespielt ja, sieht man ja auch hier ja, und jetzt wählen wir das Erste aus und ich würde mal sagen gehen die Blaue äh, äh, hier muss doch eben was passieren warum wir das jetzt nicht aha ja dann komm mal ab da schieß dich ab komm ab, Jun warte auf ihren Partner ich glaub, ich stell gleich mal die, äh, Video-Einstellung ein bisschen runter ja weil kann ich das mal eben am Spiel machen, ja, ne? hä, was? kann ich mal eben die Video-Einstellung mal auch eben mal ganz kurz machen, dann? oder ja, ja, wir haben ja, wir haben ja Zeit wir haben ja Zeit warte auf ihren Partner hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt ja, kann ich sehr gut hier geht es um Teamarbeit im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen ey ich hab gar nichts gemacht würde ich jetzt auch sagen ey erneuter Verbindungsversuch, was ist denn hier los? ja, weil ich mal eben, äh, hier die Einstellung umgeändert habe so so, jetzt bin ich auch da so ja, leider gut, die Legs sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig hey sehr schuld aua hallo hi 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 wuhu so, jetzt halt hier, tapp tapp so, warte mal komm mal hier durch, Junge no au äh, so und jetzt drück mal den Knopf okay warte ey wow geht da bei dir jetzt was auf äh yo gut, dann warte, 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 warte warte, warte, warte warte, warte schieß mal hier auf den ja, du hast ja schon ein Portal dein blaues dann schieß mal dein hellblaues hier hier bei mir schwanken die FPS die ganze Zeit aber sie sind immer warte mal ich muss kurz den Sound so, jetzt sagen sie nochmal was hellöchen so so jetzt dürfte der Sound auch ausgeglichener sein also, rein da jo also meine FPS sind immer oben aber sie, sie, äh sind immer so, so ein bisschen unausgeglichen hab ich das Gefühl weißt du, dass sie nicht wissen, wohin weil, weil manchmal hab ich 100 und dann wieder 80 also sie sind immer oben, aber komisch komisch so was hättest du ja was hättest du es ja auf 30 FPS stellen können oder sowas ja, das Video nimmt mit 30 FPS auf what the what the fuck what the hell ich hätte jetzt gesagt what the hell, aber naja, gut so in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten ich dachte, das sei interessant für Gewinner jedenfalls ne, für mich push-button b wie geht er durch, geht er durch, geht er durch wahl weil Haftler sei jetzt vorbei gewesen hallo Kamera, hallo Kamera boah, das ist voll der Shooter, ey man soll das verbieten Aber gib den Kindern bloß Schusswaffen in die Hand. Ich fange mit Portals. Ja, das ist der Beste Plan. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Juhu. Das ist der Ball, man. Lass uns Fußball spielen. Schau mal. Ich schieße jetzt gleich ein Tor. Pass auf. Da hinten ist das Tor. Ja, nicht da reinblicken. Ballander. Boah. Juhu. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Da hinten auch. Ich schieße dich ab, ich schieße dich ab, ich schieße dich ab. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Wow. Hey. Aua. Das ist echt. Ja, die ist klar. Ja, die ist klar. Ähm. Ja, ja, lach mich ruhig aus. Du Spann. Warte, 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 das hier ist auch cool. Juhu. High five. Ja, genauso wie bei Matchwork Prime mit dem Omega-Pirat. Der macht das auch manchmal so. High five. High five, man. High five, man. Juhu. Obwohl der Boss sehr unfair ist. Der Boss ist ziemlich unfair, weil dann schickt er noch seine Freundin da noch und dann ja. Dann ist blöd. Dann ist es vorbei. Dann machst du das mal eh mal mit Powerbomben oder sowas. Ja, was ist denn so mit zukünftigen Let's Plays? Was kommt denn da noch so? Willst du die Leute mal spoilern? So, vielleicht so ein bisschen Matchwork eventuell. Weil wir haben natürlich auch gesagt, na gut, ähm, weil Mario kennt ja schon alles. Äh, ne, nicht ganz. Aber egal. Und Donkey Kong könnte ja auch schon fast alles. Und, äh, da haben wir gedacht, na gut, zocken wir eigentlich Mindmatchwork Prime dann. So, jetzt pass auf. Kommunikation und Teamarbeit sind das A und O, finde ich. Oh, 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 oh. Das ist der Laser, Mann. Er fängt er, er fängt er schon wieder damit an. Und, äh, beiße. Au! Oh, du, passt. Aua. Oh, Jenny, jetzt reicht's mal hier. Oh Mann, ey, du. Also! So, jetzt habe ich keine Lust mehr! Bist du dir das sicher? Nein, nein, nein! Vergiss es! Vergiss es! Aua, aua, aua! Ach du facken! Nein, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Was soll das sein? Ja! Nein, 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 nein! Tanzroboter! Oh! Oh! Du, 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 du... Soll ich dir... Soll ich dir... ...soll ich dir... Ja! Aua! Ey! Das macht man nicht, hab ich gehört! Das ist nur so was von Schnuppe! Du machst das bestimmt gleich wieder, oder? Prozentig! Gar nicht, ich mach grad hier Serious Business! und er ist jetzt so bekloppt hallo hallo Hans als wenn wir leben nichts nein aber Prozent was so die Schilder an der Saison das Wort ich bin gar nichts gar nichts und schüttelt ich bin aber doch m da das ist weil es nicht und ist wirklich kaputt Ich springe bald in einen Abgrund. Muss erst mal einen füllen. Das sieht aus. Du längst so richtig geliebt. Okay, lass uns da mal durchgehen. Ich lass uns schon wieder mit mir so eine Scheiße vor. Das ist ihr. So was? Nein! Nein! Stell dir durch! Boah, schau mal, wie fies das wäre. Alter! Oh ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Oh ja, das kenne ich noch. Nicht, 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 nicht. Ey, wo ist der Würfel? Man braucht hier doch so einen Würfel. Warte, hier. Alter. Ich will so einen, ach so. Aber jetzt nicht schon wieder mich herumärgern, ne? Nein, 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 gar nicht. Nein, 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 nein. Hör mal auf, guck mal auf, den Scheiß, ey. Ja, ich will dich kaputt kriegen. Nein! Dann gehe ich lieber selber da und tschüss. Tschüss. Oh, ich mach jetzt die Türmlees kaputt. Nein! Ja, das ist scheiße, ne? Komm du raus, mein Lieber. Nee! Schau mal, kannst du unter dem Laser durchlaufen? Vielleicht können wir Limbo spielen. Komm, wir spielen jetzt Limbo. Aber wir sind drüben. Also, komm, steig mal da drauf. Jetzt durch! Okay, komm, wir machen das jetzt. Aha. Da haut er ab. Da haut er ab. Aua. Ja, erstmal vielleicht die kaputt machen. Das wäre natürlich ein Plan wie. Au! Was soll das? Kaputt machen. Ja, oder ehrlich, ey. Nein! Fah. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Ich glaube, wir brauchen eine Viertelstunde für die erste Dingler. Ja, weil du meinst, hier, äh, hier, äh, herumkaspern zu müssen. Ich mein nicht, ich mach einfach. Macht Spaß. Ja, mich zu ärgern. Ich find scheiße. Doch, macht Spaß. Nein, mach das nicht. Du darfst mich ja auch ärgern. Niemand hat das hier verboten. Dann ärgere ich dich bei Half-Life-Death mit. Ha, ha. Ah. Ha, ha. Da musst du mich erst so zu spielen bekommen. Ha, ha. Äh. Ähm. So. Doch. Wir zocken lassen, wenn du bei mir bist. Ha, ha. Och, nee. Oh, doch. Oh, da wird sicher auch Amnesia gespielt. Ich seh's jetzt schon. Ja, natürlich. Äh. Was ist los? Ich weiß nicht, was ihr da habt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Das ist nicht dein Spiel, Alter. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der... Äh, ja, das merkt man ja. Juhu. Ey. Das kannst du auch machen mit Q, glaub ich. Ja, wie denn? Mit Q muss die Q gedrückt halten und dann irgendwie rechts oben ist das das Teil. Aua. Also Q gedrückt halten und dann rechts oben das Ding. Achso. Ey. Ja, wie gewählt sie jetzt? Aha. Verdient. Ich hab auch noch... Ey. Ey. Du Sack, Sackgesicht. Lass das. Ey. BAM. In your face. So. Ey. Ich wollte gerade High Five machen. Ich lach dich aus. Weißt du, was noch geht? Was denn? Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Dicke Freunde. Was haben wir denn sonst noch so? Oh, schau mal, ich kann tanzen. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Äh, das kennen wir schon alles. Okay. Back to business. Wir brauchen einen Würfel. Willst du da reingehen oder soll ich da reingehen? Äh, du. Ich? Na toll. Da will mich jemand umbringen, hab ich das Gefühl. Ja, als Rache. Wofür? Ich bin ein Rache-Akt. So. Boah. Hier? Ja, und jetzt? Hallo? 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 Nein. Hä? Wir sehen uns ein andermal wieder. Es war wohl gerade irgendwie zu lustig. Mann. Ja. Was soll man sagen? Wir sehen uns ein andermal wieder. Tschö. 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 Vielen Dank.